Schwingen ist der Traditionssport in der Schweiz, der gekämpft wird. Und gekämpft wird nämlich in einem Sagmauerring. Es geht darum, dass die eine Person die andere Person auf den Rücken legt und so einen Gang gewinnt. Ein Gang ist ein Kampf. Und von diesem gibt es an einem Schwingfest mehrere. Es wird nicht in normalen Hosen geschwungen, sondern in so viele Hosen. Gewinnt so einen Gang nicht immer nur den, der grösser und kräftiger ist, sondern eben die Person, die sich in einer brenzligen Situation herausreiten kann oder im richtigen Moment den richtigen Schwung anwendet. Das war's! Das war's! Das war's! Das war's!